Ich bin Nico Bitter, 29 Jahre alt, geboren in Dortmund. Ich spiele jetzt seit 2013 für die Allseidler in Dortmund. Diese Saison spiele ich Verteidiger. Letzte Saison habe ich Center gespielt. Was ich spiele, ist mir eigentlich egal. Hauptsache ich spiele und dann ist alles in Ordnung. In der ersten Saison sind wir direkt von der NRW-Liga in die Regionalliga aufgestiegen, sprich von der fünften in die vierte Liga. Aktuell sieht es so aus, als wenn wir auch dieses Jahr wieder den direkten Aufstieg schaffen. Wir führen, glaube ich, mit ungefähr 15 Punkten auf den zweiten, sodass wir dann innerhalb von zwei Jahren zwei direkte Aufstiege feiern können. Der Zusammenhalt der Truppe ist genial. Wir sind 20 Freunde geworden, die sich super gut verstehen, die auch privat was miteinander machen, was ich so noch nie erlebt habe, obwohl ich jetzt auch schon knapp 26 Jahre Eishockey spiele. Dortmund ist eine coole Stadt für mich, weil ich hier super viele Leute kenne, weil ich hier groß geworden bin, weil es neben dem Eishockeyverein noch einen ganz guten Fußballverein hat, der hier nebenan ist. Eine leckere Bierstadt ist es zudem auch. Und von daher passt das Gesamtpaket. Diese Saison will ich auf jeden Fall noch mit der Truppe aufsteigen, so dass wir dann nächstes Jahr in der Oberliga angreifen können. So dass wir dann nächstes Jahr in der Oberliga angreifen können.